Moin Leute! Super! Lass uns mal wieder ein bisschen schnacken. Saure Gurkenzeit. Zeit höchster Waldbrandgefahr. Hat heute den ganzen Tag geregnet. Es ist kalt wie Hulle. Da läuft der Kalle. Das ist das erste Thema, der Karl-Heinz. Er ist wieder gut drauf, sagen wir so. Also altersgemäß gut drauf. Also von diesem Vestibular-Syndrom hat er sich sehr gut erholt, sagen wir so. Oder er ist wieder so, wie er vorher war, sagen wir so. Er kann auch wieder hoch ins Dachgeschoss laufen und oben im Schlafzimmer schlafen. Mit ein bisschen, wir haben das ein bisschen organisiert. Ich weiß nicht genau wie, aber es geht wieder. Und er kann auch wieder gut runterlaufen. Die Treppe wieder runter. Treppe ist doof. Da kommt er. Aber er hat wieder seine Interessen. Also es belastet ihn nicht so, dass er jetzt dauernd ans Kranksein denkt, sondern wieder an sein Ich-Sein. Das nun mal so zum ersten Thema. Dann ist mir eben eingefallen. Man hat ja, so im Laufe des Lebens, kriegt man ja, laufen einem ja so Sachen zu. Und da denkt man ja, gut. Oder man kauft sich Sachen. Die können auch teuer sein. Und die halten dann vielleicht drei, vier Jahre und dann ist kaputt. Ich zeige euch mal was. Was unkaputtbar ist. Das ist zum Beispiel dieses Ding hier. Da haben wir zwei Stück von zum Richtfest im Jahre des Herrn 2000 geschenkt bekommen. Zwei Stück. So. Das hatte ich hier jetzt ein bisschen hier in der Garage stehen, aber brauche ich jetzt hier nicht mehr. Ein anderes, gleiches, steht da im Hauswirtschaftsraum. Da ist unser gelber Sack drin. Und das Ding hält schon 24 Jahre. Billigstes Ding. Aber, ja, es hält. Es geht nicht kaputt. Das Ding macht, was es soll. Billiger Plastik. Der Schlüssel liegt da nur drauf. Da habe ich gerade die Kamera aufgestellt. So. Es gibt noch was. Taschentuch. Vom Bund. Bundeswehr. 1974 bis 76. Perfekt. Neuwertig. Wird benutzt. Nein, ich mache das jetzt nicht vor. Aber. Auch so ein Ding. So ein Vieh hält ewig. Ich habe auch noch welche von der Konfirmation geschenkt gekriegt. Die benutze ich auch noch. Also. Taschentücher und hier. Solche Sachen. Das müsst ihr. Das ist ewig lebend. Nebenbei. Gut. Gut. Also dem Kalle geht es wieder gut. Ja. Die beiden Burschen hier. Ich hoffe, dass wir am Samstag, braver Blacky, mal ein bisschen Wetter kriegen. Es soll ja 19 Grad werden scheinbar. Dann werde ich mal zum Lüheanleger fahren. Da geht ja auch mittlerweile die. Also ich habe so gerüchtemäßig gehört, dass man da jetzt auch mal wieder das Gerücht, habe ich gehört, dass man da jetzt Parkgebühren bezahlen muss. Ich glaube, ein Euro für eine halbe Stunde. Das wäre natürlich ein No-Go. Ja. Was haben wir noch? Ach. Ich hoffe, dass ich dann Runde fahren kann. Hier. Blacky-mäßig. Da bin ich schon richtig wild drauf. Ach ja. Hm. Ja, ja. Man muss ja... Da. Ich streiche jetzt ins Bauereigeschäft rein. Nein. Ah, hier. Gombacher Weizen. Angebot Edeka. 9,99 Euro. Mittlerweile nähern wir uns ja beim Getränk hier der 20 Euro Marke. Oder sind schon drüber. 20,49 gab es schon. 9,99 Euro habe ich natürlich sofort ausgenutzt. Das geht ja gar nicht. Ja. Ja. Hat ja auch so ein schönes KTM-farbenes Zeichen. Jo. Wenn das wirklich 19 Grad werden sollte, dann werde ich auch mit der noch eine kleine Runde fahren. Vielleicht mit ihr sogar den Anfang machen. Fährt sich einfacher. Ein bisschen einfacher. Aber nur kurz. Ja, wir werden sehen. So, mehr wollte ich euch sagen. Es ist eigentlich... Es ist eigentlich alles gut. Nur das Wetter ist nicht gut. Und neulich habe ich gehört, es wurde von erhöhter Waldbrandgefahr gesprochen. gefaselt. Aber die Leute können eigentlich nur einen an der Schüssel haben, die sowas sagen. Hier ist so viel Wasser in der Erde, das ist unglaublich. gut. Da kommt Karl Heinz. Da ist er. Komm her, Karl Mann. Komm her. Komm her. Komm her. Der hört mich an ich. Ja super. Komm her. Hey, Kalle. Kalle. Kalle Mann. Komm her. Hi. Sag mal was. Sag mal was. Ne, er sagt nichts. Der Kalle. Ich bin froh, dass er wieder einigermaßen ist. Klar, hinten ist er schlapp. Das ist aber normal. Es reicht. Alles gut. So, tschüss. Ich wünsche euch. Aber das sage ich euch nochmal. Schöne Ostern. Frohe Ostern. Friedliche Ostern. Macht das Beste draus. Ostern ist das höchste Fest des Christentums. Übrigens mal nebenbei gesagt. So, tschüss.